Hallo und Willkommen in der neuen Runde Spielwiese mit Jahrel und Enzo diesmal. Ähm, da... Da hast du keinen Bock gehabt. Die ganze Welt. Und wir haben auch keinen Bock, das Spiel zu kaufen. Ich geh Team 3, Junge, und das hat schon direkt angefangen. Nein! Ja. Ich geh Team... Du gehst Team 3. Ich geh Team 2. Nein. Okay, dann hat's nicht direkt angefangen. Doch? Doch. Okay. Aber Baby, geh! Ähm... Oh! Ey, guck dir alle mein letztes Video an. Ähm, Kill-Duell... Ähm... Mit... Jaffe und Sask. Ey, das ist grad online gekommen. Ist doch noch einzig. Aber es ist nicht behindert, die Videos dann zu gucken, wo man selber drin war irgendwie. Oh, ich hab so schlechte Not. Ich geh's. Was? Wenn komm ich zu mir? Ja. Nein. Was gehst du? Nein, nee. Gehst du auf? Nein. Nein. Doch. Okay, nein, Spaß. Okay, nein, Spaß. Ciao. End zu wechseln, Martin. Schönes Leben noch. Schönes Leben noch. Tschüss. Also... Ich hab' keine Wahl. Ich würde es nicht nachts abgeben, wenn ich könnte. Ich bin halt immer noch im Team mit Enzo, ne? Hey! Hey! Ja, ich hab' eine scheiß Drei-Schuss-Waffe. Ah! Alter, die Boombox ist schon geil, ne? Ja. Machst ihr beide auf mich? Ja, wir sind im Team. Ja, ihr könnt ja so tun, als ob ihr gegen einen Anderen würdet. Oh, alles. Ahaha. Er fiebt mich. Alter, Enzo, mach' mir voll den Weg. Kann ja jemand Team wechseln? Endzumo. Team Drei. Philipp King, ich würd's eh du. Weil du hast ja wenig Leben. Ja, ich weiß. Eben. Dann wechseln doch. Ich bin Ehre. Es wär unehrenlos, würd ich. Ich krieg mir kalten Minis. Das ist halt alles nackig. Egal mit welchen. Äh? Es dreht sich. Es dreht mich einfach so. Aber ich hab' ne scheiß Drei-Schuss-Waffe-Dinger. Ich hab' ne schallgedämpfte Maschinenpistole. Die ist nice. Ey, die, ich... Ich hab' ne... Ich hab' ne... Ich hab' auch ne schallgedämpfte. Ey, die ist ja übelst gut. Weißt du, wie viele Headshots ich dir grad gedrückt hab? Das war ja... Jeder Schuss war ein Treffer, ne? Ja, Alter. Ich dachte, ich... Ich dachte so... Das war diese Hütte. Wo man diese Holzstein abbauen kann. Ich hab's abgebaut. Ich hab's abgebaut. Sprich 보�an... Ich hab's abgebaut. Hä? hat einfach nicht hochgeladen also weil das hat abgehoben wenn jemand mich killt muss ich habe eigentlich ich habe grünes jacke wäre eine grüner er eine farma eine blau kommen und das scheibe der traumativen muss man es einfach abstellen ja aber wir müssen es ja draußen gehen kannst du ja so tun als wärst du Ey! Ich bin die Toten. Hey, ihr seid bei mir? Ich hab ja viel voll low gemacht. Oh, könntest du dir grad... Alter. Okay, bye. Nein, du deinen Loot droppen. Und Money. Wieso? Ja, weil wir da mehr Money haben. Weil, äh, ich hab fast gar keine Money mehr. Okay. Und Materialien auch? Ja. Wenn jemand mich killt, lief ich einfach normal, ohne zu droppen. Warte, ich baue hier. Ja, Mann. Ja, Mann. Bye. Bye. nicht lief, nicht lief, weil ich fliege auf nein, verkehrt Moni, ich kann nur nicht mit Knife-Stand ich habe keine Moni gehabt, ich habe nur Sniper-Moni ja, das war ein bisschen, ich spiele auch Double Sniper ich spiele halt einfach eine Farmers Headshot, oder? ja, ah nein, warte, ja oh mein Gott ey, aber wir haben, glaube ich, beide rechte Bänder, aber lass sie jetzt noch aufnehmen es macht gerade übelst Spaß also Leute, könnt alle auch mit Zocken, schreibt mal einfach nur ein EP-Games ich treffe ihn halt auch nicht mehr ey, ne, nicht Minis gönnen das ist ehrenlos, er gönnt sich Tchak Tchak ey, das zählt nicht, ich hab dich gekillt weißt du warum, weil du kannst jetzt Tchak Tchak und wir machen ohne Heal, Enzo, ohne heilen nicht heilen wir spielen ohne sich heilen ja, wie wohl? du bist voll unfair, ne? du bist voll unfair, ne? das ist übel unfair, du killst mich einfach ohne dass ich richtig gelandet bin schon Sniper hätte schon richtig heilen müssen und ohne Trappen ein Könnte es sein, dass du Aim-Bot anwachst? Nein. Doch. Weil du trisst mich nicht. Ich bin schon im Rundafall in der Connection. Wie gesagt, ich kill dich jetzt. Und dann ist es aus. Komm, Sniper-Battle. Okay. Ja, warte, ich baue mir kurz noch einen kleinen Dings. Aber man muss in seinem Turm bleiben, ne? Okay. 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 I will be right there. No, ich fange der eigentlich. Okay. weiter nehmen wir eine andere bei den snipers bin und damit es bleibt ich habe keine Oli mori Okay. Ich hab das. Ich hab das. ja alter du mobst mich ja übelst leider kann ich kein video über freitag nacht machen leute sonst würde ich eins machen weil wir nicht zu viert sind immer noch nur sniper machen sniper und lief oder lass nur sniper maschinenpistolen und die macht der trifft halt auch alles nicht so ehrenlos er nimmt mir einfach je mit jedem treffer nimmt er mir eher ehre also Ja. 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 Hey, nein. Hey, warum nimmst du einfach eine andere Waffe? Weil du die auch bei einer andere Waffe bist! Nein, ich hab's nur gesagt , nur Sniper maschinenpistolen only. und ich habe keine maschine ja viel hatte zum beispiel du triffst schon mal ohne die waffe die du jetzt hast ohne die die bestimmung für ein fall gedämpft Maschinenpistole. Das ist auch eine Maschinenpistole. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht mehr filmen. Außerdem ist ein Sniper im Wohnhof. Ich weiß nicht, 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 dass ich es nicht mehr weiss. wir wollen ja ohne mit ihr was ich sollte doch ohne mit die waffeln hier ist eine blaue blaue hier ist eine blaue maschinenpistole ich bin ein kleines Ich will nicht mehr so, dass du da bist, oder? Ich will nicht mehr so, dass du da bist. ich finde es zu ehrenlos wieso du kämpfst da oben auf dem du hast die maschinenpistole nicht genommen doch warum nur ein hit maschinenpistole tut halt einfach nicht nach zielen sie schießt einfach zu ende ich glaube jetzt machen wir aber nicht so langes video wir machen jetzt nur noch 10 minuten snipen 10 minuten so 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 Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, you have to fight him. wir gehen noch mal sagt die schwarze küssen mich eh nicht äh ja mal hatte ich das nicht in der Beine aber ich glaube, ich kann gerade ich bin dran, okay ich bin dran, oder was? hm ja 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 Das war's für heute. Ich komme äußerst ehrenlos noch. Ob das ich jetzt auf den Berg habe? Ich komme aus dem Berg. Ich komme aus dem Berg. Ich komme aus dem Berg. Weiss. Ich schluss das, was ich da? Das ist so. Weiss. Komm da, du musst jetzt hier zu Hause gehen. Hä? Du musst nicht kaufen, du musst nicht mehr. Weiss, das ist nicht mehr. Weiss. Das ist nicht mehr. Ich hab jetzt drei Sniper. Drei verschiedene. Aber ich könnte noch eine vierte. Wir machen auch ohne Pumpgun. Wir machen auch ohne Pumpgun. Also mach mal die Pumpgun und so aus deinem Inventar raus. Okay. Okay. Alle nur Sniper Maschinenpistolen müssen. Das ist nicht mehr. Hallo, du sagst. Hallo, du sagst. Hallo. Hallo. Jetzt hab ich richtig. Alles klar. Ich hab bei vier Sniper. Wir haben auch noch ein Spiel mit einem. Du weißt ja. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Haben wir den auch schon gekannt? Ja. Ah. Wer hat. Ey, sei keine Pussy. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht ob der. Aber ich weiß nicht ob der. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß nicht ob der. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, da ist die Schneider. Ja, ich konnte nicht schießen. Ey, ich habe die Sniper, die du gerade gesehen hast, habe ich zweimal. Enzo, ich habe sogar meine einen Sniper unten im Keller abgelegt. Da unten im Keller liegt noch eine Sniper, weil ich konnte die nicht mehr mitnehmen. Ich habe keine Sniper, dass ich etwas nicht mehr mitnehmen kann. Aber wir haben die Sniper. Ich habe die Sniper, die das, die sie im Keller ab! Ich habe die Sniper! Hallo, hallo, hallo! Was? Wir sind in die Sniper, die sind in die Sniper. Wir sind in die Sniper, die da sind. Wir sind in die Sniper. Wir sind noch nie in die Sniper. Wenn du das nur einmal machst, ist es schwer, ich schütze mich an die Stadt. Hey, komm an Jess, I love you very much. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich gehe in mein Gebäude. Denkst du nicht, ich schütze dich wieder auf, Bartisch? Dramatisch. Ich habe mich noch nicht verletzt. Ich liebe dich nicht. Ich bin schwitzig. Ja, nur klein, ich habe nur wenige Abwege gehabt. Ja, ich hatte auch nur wenige Abwege gehabt. Aber ich habe dir einen Sniper gegeben, so was musst du erst mal schaffen, so wie ich das gemacht habe. So Double-Snipern. Du bist schwer. Es ist kein Ziel, jeder. Es ist kein Ziel, jeder. Es ist kein Ziel, jeder. Es ist irgendwo. Wow! Du hast zwei Hände. Du bist so schön. Ich habe das Glück. Oh, wow, was? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Bravo! Ja, mein! Ich habe die Sniper-Bettels. Ich habe die Sniper-Bettels. Ich habe die Sniper-Bettels. Ich bin jetzt so vier Minuten auf und dann kann ich... Also, hier zieht du auch nicht. Wie wir da... Oh, du bist da am Watt, da? Ja, halt, da. Ja, moin, wie unfair... Hä, der eine Sniper-Shot hat nicht connected. Der ist in deinen Bauchversuch, Sniper. Alter! Alter! Was ist ich? Der Sniper-Shot hat nicht connected. Alter, ich schlafe gleich einen. Are you kla glaze? Was das passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert dann? Was passiert? Was passiert dann? Eine eine Einschätzung. De während st ، Ne master! Ne Teil war es in deinen Bauchversuch, Ja. Ich liebe estim! Ich liebe commented auch. Ich liebe Kinder. Ich liebe Tipps. ich muss kurz was an meinem handy machen wir machen wir jetzt noch 5 Minuten auf und dann lasse ich das eine Video hoch und dann kommt das andere Video hoch das stimmt jetzt kann man einstellen dass er automatisch aufgebilder runter das ist Oh Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah! Oh 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 ja das zählt nicht mein game ich bin da so ich fall einfach immer wieder runter heute das ist das ist das ist die treppe ich wollte die treppe abbauen und du warst einfach kaputt ich glaub du warst in der treppe gestanden einfach die bote geschossen und da sie sich einfach um das ist halt nicht normal ist halt nicht hey bro hey bro hey bro hey bro hey bro headshot in der luft 150 damage headshot macht die waffe ich hab keinen bock mehr aufs weiter und habe ich ja nur noch fünf minuten alter halt Komm runter. Ich hätte sie ja gerne. Hä? Du hattest 250 Leben, gell? Ja, ja. Ich habe dir nämlich 250 Schaden gemacht. Warte kurz. Lass dich kurz den Lama öffnen. Ich kann die sich nicht abschließen. Ich habe keine Idee. Du hast eh kein Baum. Ja, lass mir doch den Lama rum. Ich will jetzt Lama. Nein. Wollen wir. Wer werde jetzt den Lama öffnen? Und benutzt all die Waffen. Lasse. Lasse. Ja. Verpiste. Das ist mein. Hast du auch genommen? Ja, Mann. Ich habe es, Lama. Ja, ich bin klein. Ja, ich bin klein. 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 Oh shit. Ja, du bist doch ein Schumle. Nein. Du hast den Kinn nicht verdient. Ich bin klein. Wir machen ein Geschenk auf... Als ich den Geschenk geästet habe, habe ich eine... Hast du was? Habe ich eine Heavy Pump bekommen. Wir machen aber ohne. Ist mir egal. Nein! Du bist dumm! Oh nein... Bist du dumm? Ich wollte es runter... Man trifft es nicht. Wie ist der? Wieso? Du bist hier massenweit überbaut. Mega! Ich habe genau der richtige... Oh oh! Jetzt... Jetzt kann ich es jetzt einfacher machen! So kann es sein, dass du nur Headshots machst und ich nur... das war sachen die nicht sehr gut ja verpiss dich doch die klinik pisse genau der richtigen du hast mir einfach gegeben meine maschinenpistole ist grau ich habe mich gemerkt dass einfach weil ich diese maschinenpistole ausprobieren wollte ich wollte eigentlich ja noch vier minuten dann muss ich die klinik laden ein genau ja du darfst das nicht das zählt sowas nicht das ist voll du du triffst mich nicht mal du schiebst einfach durch die wand durch andere Leute würde ich sagen der Hex nicht 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 Das ist schon noch klar! Ich habe keine Maschinenpistole, keine Muni mehr. Ja, okay. Aber du machst mit der Sniper so viele Käse. Du sagst, Herr, ich schieße langsam, schieße ich dann mit der neuen Pump. Hä, du hast... wenn du jetzt mehr als 60 Leben hast, dann melde ich dich, okay? Wie viel Leben hast du? Was? 90. 90. Okay, warte. Ähm... Ich muss nicht melden, ne? Wieso? Ja, weil ich habe hier, ähm, dings, äh, über 200 Damage gegeben. Du musst eigentlich gut sein. Nein, hast du nicht. Du musst eigentlich gut sein. Nicht gut! Wie viel Leben machst du? Oh mein Gott! Ich habe dir 100 Damage gegeben. Ich hatte... Ich habe jetzt nur zwei Leben. Nur noch zwei. Das geht doch gar nicht. Du hast unendlich viel Leben. Ja, schon noch klar. Nur zwei. Okay. Nein, das hätte ich jetzt gar nicht. Okay, wer als nächstes tot ist, hat verloren. Du hast nicht mehr zu tun. 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 Was ist das so gut? Das ist so gut. und damit video haut rein lassen daumen nach oben da abonniert meinen kanal und ja tut die vlogge gucken damit ihr kein video verpasst